ja in diesem video möchte ich mit dir die sogenannten reichweiten lügner entlarven was sind aus meiner sicht reichweiten lügner das sind menschen die versuchen hier über facebook den menschen zu erzählen ja bei mir ich zeig dir genau wie du wie du eben viel verkaufen kannst und wie du sichtbar wirst wie du reichweite bekommst und so weiter diese menschen machen das aber nach außen hin dass sie sagen ja ich mache das ohne werbung zu schalten aber dann stellt sich schnell heraus sie schalten werbung und ich möchte dir hier einen kraft impuls geben ich möchte dir helfen viel geld zu sparen warum weil immer wenn ich das sehe dann stellt mir die haare auf weil das hat mir so viel geld gekostet in mein leben und ich muss sagen ja da bin ich wirklich angry muss ich sagen ich habe 30 bis 50.000 euro wegen solchen menschen ausgegeben in mein leben ich habe 16 jahre meines lebens verschwendet weil ich in diese leute investiert habe und ich möchte jetzt eine möglichkeit geben dass du diese leute entlarvt dass du dir geld spaßt weil es absolut nicht notwendig ist wie kannst du das machen diese leute verwenden natürlich facebook seiten warum weil sie werbung schalten sie sagen das zwar nicht oder sie sagen es manchmal je nachdem auf jeden fall ohne werbung haben sie eigentlich keine reichweite du sagst du musst auf eine facebook fanpage gehen ich habe hier meine test seite die ist nicht mal öffentlich aber ich möchte zeigen wo du was findest das heißt du bist auf der fanpage wie gesagt ich verwende keine fanpage meine ist gelöscht das ist jetzt nur ein entwurf ein alter und dann hast du da weiter unten schaut am handy ein bisschen anders aus hast du einen punkt der nennt sich seitentransparenz ja facebook hat sich was dabei gedacht dann gehst du auf alle ansehen das heißt du klickst dort einfach mal auf alle ansehen und dann hast du einen punkt werbeanzeigen dieser seite und wenn du dort drauf klickst wenn du bei mir drauf klickst zur werbebibliothek siehst du es gibt keine es hat nie welche gegeben ich habe nie werbung gemacht das gibt es nicht aber du kannst jetzt diese leute entlarven wenn du dir unsicher bist und sagst naja kann die person mir wirklich so viel erzählen wegen reichweite woher kommt die reichweite von der person macht das genauso also auf die facebook fanpage gehen und das so machen warum macht es keinen sinn facebook werbung zu machen es ist es ist wirklich fahrlässig einen anfänger zu empfehlen facebook werbung zu machen jemand der noch kein geld verdient der aber der aber geld verdienen möchte dem facebook werbung zu empfehlen ist wirklich ein wahnsinn das sind oft menschen den kredit aufnehmen das sind menschen die nicht wissen wie sie dann ihren kindern noch was kaufen können weil sie in diese vision investieren und ich mag das überhaupt nicht ich mag das nicht und ich möchte ich davor bewahren du sollst das nicht tun bau dir das ganze organisch auf ohne diesen ohne die geld für werbeanzeigen es ist keine kunst werbeanzeigen zu schalten wobei in diesem jahr schon weil sich viel umstellt und weil es sehr sehr teuer wird ich habe einen netzwerkpartner der zahlt 15 euro für eine e mail adresse also unglaublich es ist es ist schlecht für anfänger es ist teuer für anfänger und ist absolut nicht notwendig ich möchte dass das aufhört ich möchte dass jeder versteht das ehrliches marketing der weg ist und das ist es die botschaft möchte ich die mitgeben ehrliches marketing zu machen so zu sein wie du bist ich bin jetzt ein bisschen angry weil ich mich einfach es erinnert mich einfach an die vielen schwierigen jahre und ich habe immer gesagt ich möchte menschen davor bewahren und ich möchte ich definitiv davor bewahren also prüfe das wenn du sagst ja willi wie läuft dein system wie geht das mit organischer reichweite wie kann ich wirklich verkaufen ohne diesen ganzen bibabo was du lernst von launch handle du sollst das machen das machen das machen und es klingt alles gut aber du weißt nicht wo du beginnen sonst sondern einfach nur mit facebook und deinem handy wenn du das wissen möchtest oberhalb vom video findest du mein erklärvideo zum speedy nah und ja lass uns diese leute einfach ja sag ich mal vom markt drängen weil die können einfach weg prüfe prüfe diese leute und ich wünsche dir alles gute schönes wochenende bye bye rock it